Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Path of Titans Video und in diesem Video war ich wieder zusammen mit Magnus unterwegs und wir haben diesen tollen Dinosaurier ausprobiert, nämlich den Platanivenatrix. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Ich tue mich da echt schwer mit dem Namen. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie man den genau ausspricht. Vielleicht lerne ich es dann irgendwann oder so, das wäre ganz cool. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler kleiner Raptor, würde ich sagen. Es dürfte ja ein Raptor sein. Auf jeden Fall ein sehr vogelartiger kleiner Räuber, der sehr flink ist, sehr beweglich und das macht eine Menge Spaß und ich war wie gesagt mit Magnus unterwegs und wir haben den mal so ein bisschen ausprobiert und getestet, was der so erlegen kann, mit was er sich anlegen kann und genau das seht ihr in diesem Video. Meinst du, wir können mit den kleinen Dingen auch irgendwas Größeres verhalten? Schwierig. Ich glaube schon. Kannst versuchen. Ja. Oh, hier ist schon meine erste Beute, glaube ich. Nur zu mir kommt hier ist was. Ja, ich glaube nur. Der Local Jet, wie nah ist denn das? Ich weiß das irgendwie nicht. Oh, jetzt viel Ausdauer ist geil. Oh, er will fighten. Fight hier schon. Gegen was? Ah, ich sehe es. Kleinen Pflanzenfresser. Ja. Er will mich auch zurück fighten. Bin da. Bin rum rüber gesprungen. Okay, jetzt sind wir zu zweit. Das ist gut. Damit rechnet er nicht. Jetzt komme ich von hinten, Alter. Let's go. Komm, wir holen ihn. Renn weg. Flucht. Jetzt hat er Angst, weil wir zu zweit sind. Oh, ich bin schneller als der ganze bisschen. Oh, wie fies der schreit. Oh mein Gott. Oh, das ist ja mega laut. Wie eine Schlange, Alter. Ja, richtig. Ich bin mal gespannt wegen der Ausdauer. Ja. Oh, oh. Da vorne sind die Spinos, die uns gejagt hatten. Ja, krampft gleich. Ich muss kurz Hand wechseln. Die Probleme eines Dinosauriers. Oh, oh. Pass auf, pass auf, pass auf. Der will dich. Welcher Spino, ey? Das ist ja echt cool. Hackst du ihn? Ja, sicher. Ich weiß gar nicht, ob ich den treffe. Ich hoffe, ob es zu den Füßen geht. Oh, wir hacken uns gegenseitig. Vorsicht. Ich habe mich jetzt nicht mehr. Haben wir ein neues Ziel jetzt, oder was? Ja, ja, let's go. Ich hack ihn die ganze Zeit. Lassen wir den kleinen Pflanzenfässer, Pflanzenfässer sein. Er versucht mich zu kriegen. Gegen Gleichstarke. Ja. Er hat keine Chance. Ich bin einfach die ganze Zeit, dass sein Füßen. Oh, er wird fast einmal in die Regeln laufen, wo er gestoppt hat. Ich glaube, der will mich. Weil du die ganze Zeit da bist und der nicht an ich reinkommt. Tja. Damage macht. Vor allem ist das der Spino von vorhin, ne? Ja. Ich glaube, er hat's aufgegeben mit seinem Leben. Er kommt. Er will mich. Er kommt. Er versucht's nochmal, dich abzuschütteln. Fack ihn. Immer weiter. Nicht auffallen. Eine Runde laufen. Kann halt nichts machen. Naja. Das ist ja übelgeil. Mit so nem kleinen. Er will mich. Ich glaube, du kannst auch mal ran an ihn. Nichts Geräusch, ich bin dabei. Pass auf. Oh mein Gott. Das war knapp. Ich glaube, der hat die Schnauze voll von uns. Ja, der ist abgefuckt, Alter. Ich weiß halt nicht, wie viele Hütze wir landen müssen, aber es dauert, glaube ich. Der hat gar keine Chance, wenn man vorsichtig ist. Er schleicht. Er versucht neue Taktik. Denkt ihm aber nichts. Der hat ja nicht leicht, sieht das ja auch voll geil aus. Mal weiter feste drauf. Du kannst jetzt einfach ihn hacken. Hast du keine Ausdauermeister, dann kann ich ihn weiterhacken. Okay, mach du mal weiter. Kurze Pause. Jetzt ein bisschen über die Heftausdauer wieder. Wir sind wieder hinter ihm, komm. Let's go. Tut mir ein bisschen leid. Das ist halt so abgefuckt. Aber es ist geil, dass wir mit so nem kleinen. Ich kann den Namen zwar nicht aussprechen, aber mit dem können wir einfach ein Spino erlegen. Naja. Da kommt noch ein Spino. Oh, oh. Oh, das wird gucken, ob die sich gegenseitig beißen irgendwie. Wenn wir einfach in den anderen drin sind, dann beißt der ja den anderen auf. Ja, stimmt. Oh ja, sein Kumpel kommt. Bleib in ihm drin, bleib in ihm drin, dann ist alles gut. Können die halt echt nix machen. Er wollte schön weiterhacken. Pass auf, der andere, ich beobachte den. Ja, schön weitermachen. Sehr gut. Ey, den müssen wir erlegen. Wir müssen jetzt Durchhaltevermögen zeigen. Er bleibt stehen. Er versucht dich zu tricksen. Pass auf, der Kollege guckt schon. Ja, der guckt. Er denkt sich, was geht hier ab. Das ist überwitzig. Oh, er ist da auf. Da geht er da auf. Irgendwie bin lass. Jetzt den Kollegen noch. Ich denke, das sind die schlechtesten Dinos ingame. Die wir haben. Und das nächste Opfer. Das ist asozial. Wir erlegen jetzt alle Spiele. Einfach keine Chance. Nee, ich muss ein bisschen ausdauert haben. Nee, jetzt. Ja. Komm, wir legen jetzt noch einen zweiten Spino für die Ähre. Struto. Latte Nevenatrix. Oder wie heißt der? Ich hab keine. Oh, da kommt was anderes. Vorsicht. Auf mich? Der will dich. Ein Raptor oder so. Ist das gleiche wie... Ja. Wir müssen ihn fighten. Wir müssen ihn fighten. Den kleinen. Der bleibt auch nicht viel ausdauert. Der bleibt auch nicht viel ausdauert. Stopp. Elf Hitz oder so bin ich da. Ich locke mir ein bisschen zu dir. Wenn einmal geht es? Oh, der fast auf der Spino kommt. Ja, ja. Aber der hat jetzt keine Ausdauer mehr. Wir laufen straight in die Richtung. Auch kommen nach Ausdauer. Ich glaube, der hat sich echt ausgekloppt. Der andere muss Kurve laufen. Sonst komme ich nicht an ihn ran. Vorall auf Rechtskurve. Gut, hab ihn gehittet. Sehr gut. Ich laufe nochmal Kurve. Ja. Hab ihn mir gehittet. Bin ich nie. Sehr gut. Das klappt gut. Ich laufe nach unten. Wir haben drüber gejumpt. Jawoll. Ich bin ablenkungsmanöver. Wieder rüber gesprungen. Er kriegt mich nicht. Ich hab ihn, glaube ich, schon ein paar Mal gekriegt. Ich hab keine Ausdauer mehr. Bist du? Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich muss jetzt tanken. Naja, das kann halt auch die ganze Dicht beißen so. Ich seh nicht mehr, oh what. Er ist halt schwarz wie die Nacht. Ja, ich seh auch nichts mehr. Er hat keine Ausdauer, weil ich vorhin nicht direkt hab. Ja. Der kann nicht mehr viel haben, Digga. Ja, mich hat er. Shit. Hab ihn auch. Ein Hit war er noch. Sehr gut. Ah, ärgerlich. Schade, schade. Ich komm nochmal zu der Kleine, ne? Ja. Das ist ein Konkavenator? Ja. Den würd ich fighten. Boah, der greift auch den anderen an. Ich glaub, das ist das eine von unserer Games. Boah, da sind auch noch zwei... Hä? Zwei Binus Binus hinter. Ja. Der Konkavenator greift den kleinen an. Der ist ganz schwierig, hier ist noch ein kleiner. Boah, das ist richtig Rudel. Was ist da denn los? Lass mal reinrennen hier. Erst mal das angucken. Lass mal, lass mal Unruhe machen. Überall reinbeißen. Komm, überall reinbeißen. Ja, okay, let's go. Oh, jetzt geht sie los. Ja. Die weißen sich jetzt alle gegenseitig. Ich renne durch die Spinos die ganze Zeit durch. Alter, das geht grad richtig los. Ich renne die ganze Zeit hier durch die Spinos durch bei mir. Oh, hier ist der erste Konkavenatorraum. Von einem anderen Spino. Alter, hier ist richtig, richtig Chaos bricht aus. Oh Gott. Ich hab die Albino Spinos hier. Nebst du noch? Ja, ne. Ja, siehe. Ich weiß ja alles gerade durch. Ah, ich hab mich getötet. Jawoll. Wir müssen einfach in den Beinen bleiben. Dann attacken wir nicht gegenseitig. Ja, wir müssen durch Konkavernator. Er rennt ins Wasser. Ja, ins Wasser darfst du nicht gehen. Alter, die hab ich fast gebissen. Der Fight ist nicht vorbei. Konkavernator als erstes fokussend. Okay. Ich geh auf den Spino, weil wir können nicht beide. Ja. Pass auf, der Konka kommt. Renn weg. Jetzt kommt hier wieder alles. Jetzt kommt auch der Sucho aus dem Wasser oder so. Ja. Die haben Bock auf uns. Die hassen uns. Oh, die kommen alle. Der Sucho ist voll schnell, ey. Du musst echt deine Wendigkeit ausnutzen bei denen. Ja. Oh, die sind jetzt alle hier rumsprinten. Ja, wir machen halt Unruhe. Ich geh auf den Sucho hier. Ich geh auf den Sucho hier. Der will mich. Der ist halt schneller als ich, ey. Ja. Ja. Also Spino ist ein leichteres Target als ein Sucho. Hm. Konkavernator verfolgt mich jetzt. Ja, ich bin hinter ihm. Er schwimmt auch weg, ey. Oh, der Sucho kommt wieder. Der ist halt echt schnell. Ja. Aber du kannst den mega ausweichen. Oh Gott, pass auf. Oh, Konkavernator. Ja. Das Wasser nervt halt hart. Ja, ich hab Angst, dass ich ins Wasser laufe. Ich will gleich am Baum hängen und dann bin ich tot. Pass auf, der will dich. Der ist auch schneller. Du musst Wendelpreis benutzen mit dem Dino. Ey, die rennt halt wieder weg. Ja, er geht ins Wasser. Zu knicken. Das ist den weißen Spino. Der hat gerade auch wieder Probleme. Das ist ein Kollege von uns. Der macht mit Ärger. Fester Mann. Ich will eigentlich den Konkavernator nehmen, weil der rennt so weg, als ob der Lowlife wäre. Rett ins Wasser. Oh Gott, ich hab ein Problem. Bist im Wasser. Ja. Bist du tot. Oh Gott, ich lebe. Hast du mich auf was getroffen? Hm. Oh, es leckt. Es leckt. Ich hab auch gleich schon wieder Ausdauer. Ja, Sam. Ich lebe mich jetzt in den Spino rein. Ich hab hier keine Ausdauer mehr. In den weißen einfach rein und die weißen. Ja. Ist er down? Jawohl, wir haben ihn. Ich staun. Jawohl. Hier unter. Ertrinke. Ich bin ertrunken. Oh Gott. Schnell hoch. Ich lebe noch, Magnus. Aber ich hab keine Ausdauer. Ich werd auch sterben. Ertrinke ich lieber. Schnell ins Wasser. Lieber ertrinklich, als dass ich sterbe durch die. Was ein geiler Abgang. Also mit Reichspinos jetzt gestorben. Ach wie geil. Schnell. Schnell. Schnell.